Wenn eine Stimmgabel verstimmt ist, lässt sich dies über eine Schwebung hörbar machen. Unsere Stimmgabel rechts wurde durch ein kleines Gewicht ein wenig aus der Stimmung gebracht. Regen wir die Gabel nun an. Zum Vergleich unsere Referenzgabel links, die exakt den Kammerton A von sich gibt. So hört man keinen Unterschied. Regen wir jetzt beide gleichzeitig an. Deutlich zu vernehmen ist das Auf- und Abschwellen des Signals, die Schwebung. Verschieben wir das Gewicht ein bisschen und verstimmen so unsere Stimmgabel etwas mehr. Die Schwebung wird schneller. Verschieben wir das Gewicht noch etwas weiter und die Schwebung wird noch schneller. Jetzt wollen wir es genauer wissen und gehen noch einmal auf die mittlere Position zurück. Schauen wir uns für das gerade gehörte Signal die Tonspur unseres für die Videoproduktion verwendeten Audioeditors an. Die Schwebung ist auch hier deutlich erkennbar. Der Kammerton A hat genau 440 Hertz. Aber welche Frequenz hat unsere verstimmte Stimmgabel? Drücken Sie die Verstimmung auch in Einheiten von Cent, das heißt in hundertstel Halbtonschritten aus. Viel Spaß beim Lösen dieser Aufgabe und weiterhin viel Spaß mit unseren Innsbruck Kassan Physikvideos. Bis be hover! Gehen Action Auf- und rein! Frem прğaере Auf- und rein! Auf- und rein! Wenn nicht mehr Tage Blake liegt zum catzen Einerschen συνbuchstadt! Vielen Dank.